Ich bin Moni Mendoza aus Hamburg Horn. Du bist Bescheid. Ich muss an dir die Menken. Also ich benutze Facebook aus werbetechnischen Gründen. Denn wir wissen, ich bin Musiker. Und heutzutage ist das Internet sehr, sehr wichtig für uns Musiker. Und ja, deswegen surfe ich auf diesem Prachtfall. Hast du irgendwie auch Kontakte von sehr weit her und da kannst du auch mit denen Wiener rumtauschen? Ja, auf jeden Fall. Auch musikal. Und ich sag mal auch auf dem Song. Denn ich hab halt viele Künstler mit denen ich arbeite aus Amerika, aus Jamaika, aus England etc. Und ja, und man kann nicht so auf so schnellen Studio. Und deswegen schickt man sich halt die Links, sag ich mal, über Facebook und so. Oder über, ja, sagen wir über Facebook oder MySpace etc. Twitter? Was willst du denn von Twitter konkret? Also im Moment, ich halte von Twitter eigentlich wenig so. Weil, man muss ja nicht halt wissen, was ich genau mache von, weiß ich nicht. Von der Sekunde, wo ich aus meiner Hausschule gehe, sag ich mal so. Natürlich, weil wenn ich im Studio bin oder so, sag ich ja, ich bin gerade im Studio oder so. Aber einige schreiben ja, ich bin genau hier zu Eberanbäcker, ich verlasse das Haus und mach das. Das ist halt zu persönlich so. Und meine Fans wollen halt zu wissen, was ich mache. Aber die können wissen, was ich schreibe und das reicht. Sehr schön. Das ist Hamburg City und wir still got the crown. Hey, this is how we get down. You don't know your way if you're not from around. Let me show you around in my hometown. This is Hamburg City and we still got the crown. Hey, this is how we get down. You don't know your way if you're not from around.